es ist wir haben heute ist alles und willkommen zurück zum zweiten Part es gibt auch gerade noch schnell der will die noch spielen der Denden 96 der unten ist er kennt mich übrigens er er sendte mir Freunde Request ein paar Sekunden zu gehen Leute aber das wird mich jetzt auch nicht ablenken vom Thema aber einer kann noch es gibt schade finde ich jetzt echt schade gefällt mir nicht mehr jetzt ist ich doch schon mal ein Account welche der Angst vor Waldorf Schülern also die jetzt gecheckt hatte war Respekt und wir rennen jetzt ein bisschen mit um P45 rum die UMP tut ja richtig weh nur er sei Kopie Reuters bei Alberto also ich kommen ehrlich gesagt nicht gut zurecht mit der UMP aber das wird ihr gleich sehen also ich spreche immer dagegen rum zehn Schüssen trifft gleich einer auch wenn sie sich ganz gut anfängt das ist alles nur optische Täuschung ja also bitte lasst euch da nicht beeinflussen vom Spielfluss meinerseits ne na das ist zum Glück ein Teammate hier was ist da gerade was fliegt da da ist wieder alles rum Schauts das meine ich ich hol's da ah ok ok ne den lasse ich mal lieber den lasse ich mal lieber wegrennen gäh und den I push out the Predator drone and it gives me my Harrier Schlag ne in my face der hell achso ne das war nicht der ja fuck it also ich hab ja heute ein Glück wer labert denn jetzt hier bitte wenn ich jetzt noch eine Waffe finden würde dann wäre das echt schön ich renne mal hier hoch mit der spaß sollte mir hier oben eigentlich nicht so viel passieren oh ja perfekt and I got my chopper gunner guys yeah my chopper gunner okay what is this guy doing up here ah ok brams der ro xxxxxxxxxx hier der eismann schatten apache der kiki nico was labersto ich hasse es wenn er so scheiße fliegt alter was schießen hier auf mich die sind doch alle da hinten ja jetzt flieg doch mal dahin alter schwere scheiße warum flieg der jetzt da hin da will ich doch gar nicht hin komm schon ein paar kills noch da geht noch was ich spüre es doch flieg doch jetzt da hin na die kriege ich da nicht raus ärgerlich ärgerlich aber schön war es ja hat mir gefallen 19 zu 1 yeah guys und jetzt sprengen wir mal hier da oben alle raus das gibt es ja nicht wie die da oben schimmeln der denkt auch man sieht die nicht das sieht echt lustig aus da vorne schimmeln ein paar dann halt doch nicht naja die sind doch alle hier rechts um die ecke und von hinten auch noch jetzt langt aber hier ohne mich da würde hier alles schief laufen aber echt alles na also wäre ich hier nicht dann wird es echt schlecht ausschauen für mein team muss ich jetzt echt versagen ja was für einen da waren doch schon wieder drei rote Kisten also dass ich mit der UMP so gut zurechtkomme das täuscht ja alles ich bin voll der Noob eigentlich sonst aber bei den Gegnern kann man ja nur lachen ich sag dazu nichts doch nicht unbesiegbar na den lassen wir noch ein bisschen oder ach was soll's holen wir doch jetzt endlich der ist doch bestimmt auch schon ganz heiß drauf der ist so heiß wie ich ich hau hier solche Sprüche raus aber ich hau nächste Episode also nächste Part hier einen Spruch raus wer den checkt alter echt oh das äh da da furt sich mein Hut wer den checkt ja dann fliegt mir nochmal gescheit hin wenn da einer versucht abzuhauen come on ja durch den Masten kann ich auch nicht schießen oh jeder 40 zu 2 na hat mir hat mir gefallen gefällt mir das gefällt mir na der Controller der steht äh der liegt immer noch an der Stelle davor der ist noch nicht geflogen äh ah der geht aber auch nicht mehr auseinander hab ich schön zusammengedrückt gehabt na dann verabschiede ich mich danach kommt dann Part 3 und wer den Spruch dann kapieren wird oh boah daumen hoch gefällt mir also bis dahin für zeich